Servus Freunde, das ist der René, der hat mich heute mitgenommen auf einen gemütlichen Tag zum Hechtfischen. Wir werden heute mit den Topwaterködern wie Fröschen oder anderen Oberflächenködern versuchen ein paar Hechte aus dem Kraut zu pflücken und an der Oberfläche zu fangen. Und ob uns das gelingt, seht ihr in diesem Video. Der Link zu Renés Kanal ist in der Videobeschreibung und das waren alle Worte von uns. Jetzt viel Spaß mit dem kommenden Video. In so einer Suppen habe ich Bisse gehabt. In so einer Suppen, ich sage es dir. Ich glaube ich habe es auf der Kamera. Ich bin eh mitgefahren. Nicht gleich anschlagen. Es ist schon wieder ein Barsch, glaube ich. Oh, ein starker Barsch oder wie? Bleib einfach ruhig. Schau, da ist er. Ich höre dich. Na komm, schwimm weg, nicht dass wer draufsteigt auf dich, komm. Nächster Fisch. Alter, das ist aber guter, wenn das ein Barsch ist, Alter. Im Wasser hast du, dann tu da nicht so herum, du. So, ruhig bleiben. Gleich wieder weg. Ich finde dich leinen immer ganz extrem. Ganz extrem schlaffig, dich leinen, finde ich. Ja, aber jetzt müssen wir weiter. Einmal sein kleines bisschen. Jawohl. Jawohl. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Was, schau, du nur so. Schaut sicher leimender auf der Kamera. Aber bei mir nicht. Ja, ich helfe dich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.